Also Leute, kommt's wieder. Äh, ja, ja, heute nicht. Erfolg 20. Und das ist ein Special. Äh, ja, ein Special прикيرat. Ich hab' mir ein paar Änder-Ougen gemacht, hab' ich jetzt noch ein paar Placest-Türfen jetzt. Ja, so scheiße, der Placest-Pforest... Ah! Dreckig. Warum lagts? Es lagts einfach. Ja, ich bin am Ende und es wird alles gelungen. So, da ist halt einfach. Hier wird Kette geschlossen. Ist der das? Ja. Was ist denn? Das hast du jetzt hoffentlich verstanden. Na, ich schon wieder. Warum lag das? Also. Und du antwortest mit einer normalen Antwort darauf. Ja, also der Max, der öfters, der öfters antwortet öfters. Was? Ja. Wir sind eigentlich noch zu verfallen, denn ich glaube, es gibt die Artürme. Hä? Ich glaube, es gibt die Artürme. Ich glaube, es gibt die Artürme. Ich glaube, es gibt die Artürme. Hä? Oh. Oh, shit, man. Oh, oh. Hast du hier eine Treppe hochgebaut? Oh, das hat den Drop in die TNT. Hast du hier eine Treppe hochgebaut, zufällig? Wie bist du denn hier hochgekommen? Hier ist so eine Drop. Warum ist hier überall Feuer? Warum ist hier überall Feuer? Warum ist hier überall Feuer? Ja. Warte mal, ähm. Ich bin doch ein bisschen kurz die Aufladung. Ich bin gleich wieder da. Wir schalten jetzt Werbung. Oh. Jetzt neu. Von Vita Vival. Endlich die neueste Neuheit der Neuheit. Hey! Sponsort von Teuerkasse. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was das hier sollte. Und ich weiß auch ernsthaft nicht, was das hier soll. Aber es gibt jetzt die Karotte von Vita Vival. Mit leckersten Karotten Geschmack. Leute, gönnt euch die Karotte. So, da sind wir wieder. Jetzt ist es los. Mit Lukas gegen deine Drachen. Wir werden es schaffen. Läuft! Ich komm rein und bekomm einfach übelst Schaden. Tschau, Leute. Jetzt kommen wir nicht mehr hier hoch. So, der Drachen hat verpackte Lebensleiste. Jetzt muss ich nochmal kurz. Ah! Der Fuck, der hat mich einfach weggepflegt. Also, das Lockback nützt nicht wirklich was? Ich war weggeflügelt. Weggeflügelt. Hä? Hallo! Alter, hab ich den 4 Schaden gemacht mit einem Schwertschlag. Ich komme. Rackt halt ein bisschen. Max, warte. Ich bin noch nicht da. Ich klatsch ein paar Lukas, ist es okay? Nur mal so, die Treppe wird Peter zerstört. Alter, ich wollte gerade Obsidian aufsammeln, Mann. Ich bin einfach zu den Charon getroffen. Ja, du hast ihm fast nix abgezogen. Ich hab mein Schwert mehr abgezogen, ohne Spaß. Die Reiste nicht mehr richtig. Liegen wir eigentlich gerade oder wie normale Pfeile? Ich glaub... Ich bin mehr gerade als normale Pfeile. Aber ich muss den Turm hochklettern. Weil ich... Ich treff das nicht mit dem... Mit dem Crossbow. Aber wenn ich da... Wenn ich so drüben bin, werde ich wahrscheinlich wieder runtergeschüttet. Das ist krezzalz. Äh, jetzt hab ich doch nie den... Wirklich bis zum Wald... Warte, ich hab so viele Enderperren. Und das erste Mal wirklich den Endertrag... Aua. Den Endertrag an dem Hardcore Ender Expelling. Ich hab das Gefühl, die fliegen übelst weit runter. Manche Endersäulen... Ähm... Kollab... Kollabieren... Koll... 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 Kollabieren... Kollabieren... Ach egal... Nein, ich tue schon mal... An Lukas... Ich hab eigentlich gesagt, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen. Und Lukas tötet mich einfach. Voll dumm. Scheiße, ich brille. Was? Lukas hat mich einfach getötet. Das war ich mal mit Absicht. Schwindet. Ja, guck doch im Chat. Oh, schwindet. Hab ich getroffen, er ist blubiert. Kollabier ist es wahrscheinlich. Ja, ich hab auch ein Kollabier. Geh mir ein Kollabier, alter. Alter, guck doch wie viel das Schwert schnarrt macht. Kollabier. Kauft euch jetzt ein Kollabier. Oder ein... Vegan Schnitzel. Ach nee, das hat schon vorne damit angefangen. Vegan Schnitzel. Ey, lass es dir nicht zu Kopf steigen, alter. Ja. Kein Protokoll. Kann der mal aufhören, alter. Hat er Schaden gemacht? Alter, ich... Ich werf den jetzt mit roten Flash ab. Hat er verdient. Der Uso. Hier, mein Decker. Okay. Mein Decker lässt noch. Ah, weiss Frenz. Du. Vielleicht Wasser anbieten soll. Deine Soziat-Löcke, damit können wir es schneller machen. Speed-Löcke. Klar. Hm. Speed-Löcke. Speed-Löcke. Ja, Speed. Alles klar. Max, versuch mich. Du bist du das, Max. Max, guck mich an. Stell. Der kann gerade sehen. Hallo. Guck mich an. Da bin ich für den Kopf. Hier bin ich. Süß, der Kopf. Da ist er, da ist er, hallo. Der macht auf jeden Fall Stau... Alter, Lukas. Lukas greift mich schon wieder an. Ist gegen die Regeln. Jetzt krieg ich es. Was? Der hat mich vergiftet einfach. Hab ihn. Ach ja, und ich hab's gerade erst gehabt. Andere, er hat mich halt einfach gebt. Alter, weggesnippt. Ich hab kein Essen, ich hab was zu essen. Alter, weg ihm was zu essen. Geben die Essen? Nein, leider. Ich hab den Speed-Block. Alter, bin ich schnell. Ja. Boah. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Lukas. Lukas hat mich. Okay, die Rüssel geht doch ein bisschen schnell kaputt. Ich lebe. Ich lebe. Okay, dann mach ich mir jetzt auch nicht gleich. Der Trach ist wirklich stark. Nee. Nein, ich lebe. Weil ich weiß ja nicht, was ich so richtig sehe. So. Ich hab' den Spaß gemacht, was zu essen mit. Hm. Ich hab' den jetzt gleich Bier zum Beispiel. Nein. Hm. Achso, dieser Anti-Lockback wird's auf jeden Fall schon mal nicht. Ich hab' ihn nicht zu essen. Die ganze Zeit rumwetelt. Scheiße, da ist er jetzt wieder. Ja. Internet-Probleme. Jo. Ciao. Also, die Drachenleiste ist schon ziemlich verpackt. Hä? Hab' ich den gerade geschlagen oder nicht? Hey, Lukas? Nee, ich hab' ihn getroffen. Warum bist du geliftet? Weil die Drachenleiste zwar verpackt ist. Das ist bloß ein weißer Strich. Hä, bei mir nicht. Ich weiß nicht, wie du hast. Ich lebe, weil er grad verloren. Ich hab' ihn getroffen. Eigentlich ganz wenig. Also, das war nämlich ein Crossbow-Schuss. Also, ich meine, mein Schwert macht so viel Schaden. Mehr als so ein Crossbow. Ich hab' ihn getroffen. Alle wegnehmen wir noch nicht. Wo sind wir? Hallo, Lukas. Okay, der ist kollabiert. Was? Was, bist du gewachsen? Ja. Ich wachs immer. Okay, darauf hab' ich nur mit den Dings. Das ist ein Endercrest, Lyle. Ich sate it. Oh, das sind zwei Endercrest. Das noch. Ich gehöre zu einem anderen. Ich bin ja nicht weg. Hey, ich bekomm' doch Speed, wenn der mich abschied, oder? Natürlich. Wenn du blockst und der dich abschießt. Ja, ich block. Hier ist der andere. Näh. Er schießt dich ab! Ohohohohoho! Hey, Lukas, warum macht denn dein Bogen nicht One-Hit? Lukas hat mich grad getroffen, und mich nicht getroffen. Hä? Lukas hat mich grad getroffen, und nicht getroffen- alles klar. Aber ich sehe den Namen, EnderDragon. Warte malub. Max, Lukas hat mich grad mit dem Crossbow getroffen und ich lebe nicht. Mach Hugs. Lukas hat mich grad getroffen und ich bin noch am Leben. Ist das normal? Haben wir das nicht eigentlich ausprobiert? Ja, antworte mir halt nicht, ist okay. Ja, Dennis, halt aufs MAU, jetzt. Ah, ich bin ja schon wieder. Ich hab geredet. Ja, ist okay, als ob du den treffen könntest. Ja, der Ding wird voll. Ja, macht aber nicht viel Schaden. Trotzdem ist es besser, als die ganze Zeit nur zu warten. Aber auf jeden Fall zuverlässig hier ins S-Rein zu gehen. Yo, was geht? Hä? Schau, Leute, ich bin weg. Oh ne, die Treppe brennt. Es ist einfach so synchron. Hä, ich, ich, ich treff den Jungs. Ich kriech da mal wieder zurück. Du bist zur Grabenseite zum Mal verschwunden. Ein Boardgang, du. Scheiße, ja. Was war los? Was bist du? Ja, warte, tschüss. Also, man merkt auf jeden Fall, wie sich Max wieder verschätzt. Ein Kree Enderman. Ja, genau. Man merkt einfach... Was? Ja. Warum bin ich mal giftig? Da hat's grad ein bisschen gebrannt. Ich muss... Hier liegt einfach ne Page. Cool. Wie heißt die Page? Bounded Warp Page. In Dimension 1. Hat jemand ne Page? Ja, ich... Ich hab meine Gesetze immer verschwunden. Boah! Hast du gesehen, wie viel der... Alter, das ist schwer. Nee, nicht. Wir leben es halt nicht richtig. Der Slimy Cutlass macht einfach zu viel Schaden. Ohne Spaß. Der hat bei mir fast die Hälfte abgezogen. Ich werf den mit Iron ab. Scheiß drauf. Nein! Der ist im Boden verschwunden. Der ist im Boden verschwunden. Wie? Der ist da, der ist da. Wir sehen nicht. Hier, über den. Nice. Du musst mal drauf achten, wenn ich mit dem Kanten schlab, dass ist wirklich genug fehl. Ohaahwnen. Schon wieder! Fast die Hälfte ist weg. Fast die Hälfte ist weg. Ach so! Wenn ich die Cross finger sehen, dann lädreß nicht. Ich hab' dich schon wieder gelobt. Alter! Alter! Ah, ich better der engende Daha. Alter! ich habe keine nahe kampfwaffe also die rüstung ist fast kaputt wie soll ich mich den bären also ich habe kein schwert ich glaube der katz das macht ein bisschen zu viel schaden wenn ich den crossbow in der hand habe immer aus der hand warte ich sehe sie gerade auch nicht ich glaube ich zu er wenn er sich er ist erster der weg das ist auch der stürmte 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 die kraft zu mir Baby, mach nicht. Ja, Pokémon, nein, Spaß. Das finde ich geil, weil es endlich mal ein bisschen schwerer ist. Im Vergleich zu was, was? So, jetzt ein 7-1. LOL! Guck doch gar nicht. Das macht so viel Schaden, ohne Witz. Schlagwusch bitte einmal mit der Faust, Max. Ja, Schlagwusch halt nicht. Hä, okay, meine Herzen sind irgendwie nicht da. Okay, nein. Echt, eben schnell? Yo, Alter. Der muss zu mir kommen. Ich mach so viel Schaden an dem. Yo, wie schnell der ist, Alter, unfassbar. What the fuck? Boah. Ich hab den nochmal getroffen. Ey, Scheiße, das ist doch nicht. Ja, doch, geht an. Ich würd den gerne an Schreien bewerben. Aber Baby hier. Ding zurück? Ja, ich ihn. Oh Mann. Oh Mann. Oh, Angry Enderman. Warum tötest du mich eigentlich? Oh Mann, die haben schon so viele Enderman. Oh Mann. Oh Mann. Stop. Stop it. Oh Gott, wie viel Enderman. Ja, wir brauchen wirklich eine zuverlässige Enderman. Ich bin Last Man Standing. Die ganze Folge geht einfach über den Enderman. Ey, das wäre gleich. Ja. Äh, das war gerade. 180. Los go. Aber... Wir kämpfen wirklich. Ich sollte vielleicht ja Diamantos machen. Aber... Es ist zu spät. Ja, wir haben ja jetzt schon überhelfen. Ab und zu. Nein. Mann, ich muss den doch einmal nur vernünftig mit dem Cutlass treffen. Dann ist das noch halb. Ja, wenn ihr... Nein. 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 Das ist ein Dreck auf. Ich habe das fast dauernd. Guck ihn nicht da ran. Ich habe die Loops. Komm her. Er bleibt einfach stehen. Er bleibt stehen. Alter. Da bleibt stehen. Nein, es ist schon wieder. Auf dem Portal. Der wackelt sein Tramp. Ach, ja. Aber... Dann kann man ihn aber glaube ich nicht. Wie weit ist jemand hier bei dem Tramp-Splade? Bei dem Tramp-Mann. Also. Bei dem Tramp-Mann. Bei dem Tramp-Mann. Bei dem Tramp-Mann. Mann, mein Kramp. Ein Like ist gleich ein Kramp. Ein Like ist gleich ein Kramp. Bitte like das Video nicht. Ich möchte nicht. Ja, das ist wie ein Ch Der kommt zu mir. Oh, mann. Ich sehe nicht durchs Feuer. Ich hasse das Feuer. Los auf der Hälfte er ever was. Ja genau. Hast du überhaupt nicht gesagt. Ja habe ich überhaupt gesagt. Nein. Ich habe dich nicht angeguckt. Kass mich. Alter. Er hat's doch wenig lesen. Einen Schutz oder so, dann wäre er tot. Hab ihn! Nice, ich komm einfach rein und höre mich nicht hin. Was cool ist er? Das klang gerade als wäre der Max irgendwie ausgerastet, alter. Nein! Ich kann nicht rennen! Max, nein! Schön. Ja, der Max lässt uns wahrscheinlich nix üblich, so wie ich ihn finde jetzt. 2 plus 3 Level. Ja. In echt? Ich hab extra ne Fackel. Cool, aber wir haben jetzt nix besonderes bekommen leider. Ja, damit können wir auch nix machen. Ähm. Jetzt ran halt die Fackel extra quetschen. Ja. Warte mal, hat jemand den Pisten? Oder noch ne Fackel? Äh, ich denn? Kann ich mal aufhören das Dracheneid? Ähm, rechts? Wo ist das Radar hin? Okay, das war auf jeden Fall spannend. Ach nein, Dennis! Like und comment. Like und comment, wir haben abonniert. Ich hab noch deine Page, die kannst du dir denn abholen. Und ich hab den Abounden perpelle, obwohl ich tu die mann in die Kiste. Weil ich bin nicht zuhause. Wo hast du das Pisten vor bestellt? Wo ist das Ei hin? Monster Kill. Wo ist das Ei hin, Leute? Das Ei ist am Arsch. Ja, das hat der Dennis auf irgendein Obsidian drauf gemacht. Was? Stopp. Warum nimmst du nicht einfach eine Fackel mit? Das ist einfach, weil die Fackel hat gequetscht. Der Fackel wurde zerquetscht. Aber was soll? Das hat doch ein Eis. Hey, lass mal eine Werbung machen. Oh ja, Lukas. Oh ja, nicht Lukas. Endlich bin ich wieder schnell. Komm mich an. Endlich wieder schnell. Kann ja nicht sein, ey. Ich komme halt nicht. Ja, außer du hast doch ein gelbes Herz. Ja. Echt jetzt? Ich hab ein rotes. Ich hab ein rotes von irgendeinem Enderman. Ich hab ein rotes. Hallo, Luca. Ich hab ein rotes. Ich hab ein rotes. Wie er mir einfach hinterherläuft. Rad. Peaceful? Deutsch. Die Difficulti Deutsch. Noch mal so, hier ist Enderman. Weil sonst fängt's wieder an. Wo? Ach, nein! Fakt los. Ja, was zum Peaceful. bist du nicht gerade in anderen dimensionen am tag okay ist nicht geht in der konvention tag tag als koni Lukas, wie geht's dir, wie du in mein Haus bist und sag, Salo, oh, boah, bist du behindert. Hat jemand ein normales Minecraft-Schwert? Man tut's nämlich ab, wenn du mit dem Schwert hittest. Ja, auf jeden Fall. Geh runter. Ich hab's. Ich hab's noch ein Ei. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Hä, hast du das auch... Gib mir mal meinen Deck auf. Ich hab den nicht, ich schwöre dir. Ich fand die ganze Zeit, für so hoch zu springen, und dann kamst du an, und hast ihn genommen. War man sich wieder hier? Nein, 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 nein. Weil mein Superdecker weggeht. Oh ja, ist er, ja. Ich muss dann noch was machen. Dass du die in deiner Endeküste hast, und die mir nie gibst. ... Nein, nein, ich hatte den. Hä, aber warum? Hehe. Also, ääh... Ja, hier oben ist einfach einer Pfeile. Wie kommt der Pfeile hier hin? Das ist mein Pfeil. Ja, aber ich mein' der ist... ...an auch ...unmöglichsten Peile Sie wieder bei Aefa? Jep, tschüss. Ciao. Vielen Dank.